Heute wurde Karl Nehammer als Bundeskanzler angelobt. Er ist somit der dritte Bundeskanzler binnen kürzester Zeit. Lieber Herbert, Karl Nehammer wurde heute angelobt, aber es war auch Karl Nehammer als Innenminister, unter dem die Asylzahlen explodiert sind. Es war Karl Nehammer als Innenminister, der politisch dafür verantwortlich war, dass dieser islamistische Terroranschlag stattfinden konnte. Und es war auch Karl Nehammer, der die Polizei gegen die eigenen Bürger in Sachen Corona-Maßnahmen losgeschickt hat. Wie kann so jemand Bundeskanzler werden? Ich würde sagen, unter normalen Umständen gar nicht. Und das zeigt, dass es hier eine völlig falsche Einschätzung der gegenwärtigen Situation gibt. Das, was uns jetzt gebraucht hätte, wäre ein richtiger Befreiungsschlag dahingehend, dass wir die Spaltung der Gesellschaft überwinden. Das ist eigentlich die große Aufgabe, vor der wir stehen. Spaltung der Gesellschaft heißt ja Spaltung der Familien, von Freundeskreisen und, und, und. Und das, was dafür notwendig gewesen wäre, wäre ein Rücktritt der gesamten Bundesregierung. Und damit auch natürlich ein Ende jedweder Überlegung in Richtung des Impfzwangs gewesen. Das hätte den Weg freigemacht für eine gedeihliche Zukunft und für den Versuch, ein neues Miteinander aufzubauen. Aber offensichtlich waren in der ÖVP einmal mehr Machtinteressen ausschlaggebend. Van der Bellen hat ja letzte Woche noch gemeint, es geht jetzt darum, das verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Aber hätte er dann diese Regierung heute überhaupt angelogen dürfen? Ich glaube, es war ein großes politisches Versagen auch von Seiten des Bundespräsidenten. Und er wird sich wohl auch im nächsten Jahr, wenn es wieder um die Bundespräsidentschaftswahl geht, dafür verantworten müssen. Man fragt sich, wofür ist der Bundespräsident von der Verfassung her mit seinen Kompetenzen ausgestattet? Warum hat er das Recht, eine Bundesregierung auch zu entlassen? Was muss denn noch passieren, damit man sich zu diesem Schritt einmal durchringt? Und ich glaube, was weder der Bundespräsident noch diese neue alte Regierung, diese Mischkulanz verstanden haben, ist, dass wir gar nicht mehr so sehr von einer Frage ausgehen müssen, was sind die richtigen Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie, das auch, sondern wird es in Österreich noch in Zukunft ein politisches System geben, das den Namen Demokratie verdient? An dem Punkt sind wir in der Zwischenzeit angekommen. Und hier sehe ich leider bei allen Verantwortungsträgern ein desaströses Versagen. Das heißt, deiner Meinung nach hätte es jetzt dringend Neuwahlen gebraucht? Neuwahlen wären die einzig richtige Antwort auf diese Herausforderung gewesen. Je schneller, desto besser. Das letzte Wahlergebnis ist wirklich nur mehr ein Zerrbild, wenn man das mit der gegenwärtigen politischen Situation vergleicht. Und das entscheidende Wort in einer Demokratie, das haben die Wählerinnen und Wähler. Das ist das Souverän, von dem das Recht ausgeht laut unserer Verfassung. Und es ist höchst an der Zeit, dass die österreichische Bevölkerung Misstrauen und Vertrauen neu verteilen kann. Und das geht nur bei Neuwahlen. Und ich habe halt manchmal den Eindruck, Neuwahlen sind in dem Land nur zulässig, wenn es der ÖVP aus parteipolitischen Überlegungen ins Zeug passt. Und ansonsten sind sie das Allerschlimmste offenbar, was hier passieren kann. Wir haben hier eine andere Meinung. Schade, dass der heutige Tag nicht dazu geführt hat, diesen Befreiungsschlag zu setzen. Er wäre dringend notwendig gewesen. Am Samstag haben die Bürger wieder einmal die Möglichkeit, gegen diesen ganzen Wahnsinn auch zu protestieren. Die FPÖ ruft zu einer Megademonstration in der Wiener Innenstadt auf. Auch du wirst mit dabei sein. Warum ist es gerade jetzt so wichtig, dass ganz, ganz viele Menschen am Samstag auf die Straße gehen und friedlich, aber laut und friedlich demonstrieren? Also ich freue mich schon darauf, dass ich diesmal selber dabei sein kann. Und ich denke, es wird von Tag zu Tag notwendiger. Wir haben ja jetzt von Seiten der Regierung mit dem 1. Februar auch quasi eine Deadline bekommen, wo man dann die Menschen wirklich einem ganz brutalen Zwangsregime unterwerfen will. Und deswegen ist es Zeit, jetzt auch den Widerstand zu intensivieren. Und noch einmal, wir haben, glaube ich, auch eine neue Dimension der Bedrohungslage erreicht. Es geht nicht mehr nur um die Frage, wie bekämpfen wir die Pandemie. Das ist eine Komponente, sondern wie retten wir die Demokratie? Wie retten wir das Miteinander in der Gesellschaft? Und ich glaube, das ist jetzt die einzige Sprache, die diese Regierung noch versteht. Wenn da wieder sehr, sehr viele Menschen in Wien und auch anderswo dann in den kommenden Tagen auf den Straßen sein werden, dann wird man merken, dass das Modell, wir gehen einfach zur Tagesordnung über und tun so, als ob nichts gewesen wäre, dass das bei den Menschen nicht ankommt. Und der Widerstand in der Bevölkerung wird auf jeden Fall immer größer. Lieber Herbert, herzlichen Dank für dieses Interview. Gerne. 最後 ist der Möglichkeit, ein Herz. Ganz auf Deutsch. Vielen Dank.